Das Auto kann ein kleiner Tunnel benutzen. Let's find a Rimjobs and get it cleaned up. Ja komm, check jetzt einfach rein. Ohhhh. Harte Mechanik. 1 km darf ich jetzt fahren oder was? Ohhhh. Was ist jetzt deine Rakete? Nee. Du, was geht ab? Wer weiß, was denken wir, wie wir haben gefällt, ne? Sag ich doch. Ja. Guck mal, wie er rückkuppelt hier. Oh, oh. Ja, jetzt brauchen wir noch eins auf. Hier, direkt diesen, hier den. Ey. Ja, guck mal, wie er da jetzt umliegt. Ja. Ey, der ist echt zu blöd, ey. Hey. Ops. Sorry. Das ist doch echt zu blöd. Das ist doch echt zu blöd. Scheiße. Ach. Jetzt komm rein hier. Wo bist du denn? Hinter dir. In der mit Abstand, Gangster-Karre Nummer 1. Nimm ein E-Auto. Nimm mal den Raketenlammer weg. Ja. Nimm mal den Sniper. Ja. Ne, meine Schuze. Schieß doch noch hin. Und dann? Jawohl. Ne, ne. Ach, schade. Und... Nio. 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 Karosserienmots. Frontstoßstangen. Oh, da ist so gut. Oh, ja, natürlich habe ich kein Geld mehr, okay, übernehmen. Was machst du hier? Ein, du bist du, hinter dir. Oh nein, jetzt hast du... Jens, steck ein, ja. Oh, blö, 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 blö. Oh, ui. Vergib dich zu Planet Saints. Wow Und nehmen wir mal ein Tempo Gehehh Du bist nur sowieso fast Ich mussíst dort nichts überhaupt Los geht's, geht's Oh, ey, Alter, der ist ja zu dumm zum Scheißen. Was? Alter, der Typ ist bei mir mit eingestiegen und ist doch einmal mit einem anderen Auto. Na, hat doch was. Oh, ey. Hallo? So parken wir rein, ey. Wir parken rein. Ich war schon auf dich. Jaja. Du warst auf dem Typ, dass er bei mir einsteigt, weißt du? Ey, du hast mich verarsen, warum kriegst du hier? Ja. Ey, der ist absolut nett. Der Typ bringt den Kitschen auf. Hallo? Steig eins. Hallo? Tja, wird wohl nicht so. Doch, jetzt ist er schon da. Bom, wenn du sagst, du packst perfekt an, dann zieh dir immer meine rein. Und wie du schießt damit der Raketenwerfer. Oh, die Autos mal keine. Auf. 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 Oberkörper. Ah, Unterkörper. Mhm. Gibt's hier ne Dreiviertelhose? Ach komm, richtige Edelschuhe jetzt hier. Niemals. Ah, ich hab nicht genug Geld. Okay. Alter. Ach, du hast Oleg geholt. Sag das doch nicht. Wer hab ich mir geholt? Mit dem Fettsack. Oleg. Ja. Komm, ich box mich jetzt auch gegen den, ey. Au. Ups. da um wort bis gar nichts besen ist ein paar wort sich hier auch über die kraft die zahlreise der rade muss wiederbelebt werden rubs wer mich hier um die geheimen so oh heik Presse Knochen Time to tip on out of here No time like the present Ich hab hier ein Auto Müssen wir hier jetzt machen Abhauen Ja Na gut Was ist mit hier rein oder? Na genau Alles klein klappen wir uns dort Bro Hey Ding Patrolin to try to catch me right dirty Tschüss Oh man Und weil das hier nochmal mit den Driften Nix Ach echt nur X Achja hier Ne 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 Wow Wow Je Je Ah Ah Ja Was Ich bin Rad Und so Respekt 3 Verbesserung also Gesundheit Regeneration Wenn ich mir mal Fähigkeiten Weithändig Pistolen Schaden Wandenfähigkeit Fahrzeuglieferung Überleben Juh Beeil dich mal mit deinem Auto Wieso? Ich bin die Mission starten Ne Überlegen ja noch Ike smashen Ike eintreten Ne Aua 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 Da Aua 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 Ja, Mensch. Da durch jetzt einfach... Was ist denn das, ey? Nicht mal fahren kannst du! Natürlich! Ich weiß nicht, dass wir die Ausfahrten strecken. Sie scheint ja auch super als der 5er zu sein. Was du denkst du? Hulk, smaschen! All right, you're clear! I've got to start thinking through these plans. Hallo! Ich bin ein neuer Hausbesitzer. Ich wollt' dich nur mal alle rausschleifen. Ach! Komm! Gib mir den Code zu der links! Geh zur Hölle! Du wirst nicht mehr gegen uns spielen, oder? Okay! Code 3131! Watch the Jack! Lauf! Hey! Ich wollte gerade die Ruppe auf dem Spat. Ja, das ist nur mein Spat. Das ist gut. So. Ups. Ah, nehm ich gleich die hier. Miau! Oh! Trennen! Ups! Shhh! Ne, den schweiß ich jetzt mal runter. Juuu! Juuu! Juuuh! Hey! Warte, das ist wie mich! Was? Geflückt jetzt leer an! Untertitelung des ZDF, 2020